Na ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Ich habe eine kleine Stream-Ankündigung für euch, wobei klein ist eigentlich gelogen, denn heute findet auf meinem Twitch-Kanal der Draft der dritten Season der Shitmon League statt. Das ist meine kleine, aber feine Draft-Liga, wo wir mit Pokémon an den Start gehen, die eher nicht so gut sind. Okay, habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen. Ja, um 15 Uhr draften wir da mit der Liga 1. Das heißt, wir stellen mit einem Haufen cooler Leute unsere Kader zusammen, mit denen wir dann in den nächsten Wochen gegeneinander antreten. Und dann gibt es, wenn wir fertig sind, ich denke mal, es geht so zwei bis drei Stunden, eine kleine Pause. Und um 19 Uhr geht das Ganze dann nochmal weiter mit dem Draft der Liga 2, ebenfalls mit einem Haufen cooler Leute. Und ich freue mich ziemlich drauf, es wird bestimmt ein spannender Tag. Das heißt, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne vorbeikommen zum Zugucken, zum Zuhören, gerne auch zum Fachsimpeln im Chat. Ich kann nicht ganz so aktiv sein, weil ich nebenbei die Grafiken baue, aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht alleine, so viel verrate ich schon mal. Und genau, falls ihr nicht da sein könnt oder nicht die ganze Zeit, dann werde ich die beiden Draft-Streams aber auch noch an den nächsten Tagen irgendwann hier auf den Kanal hochladen. Das heißt, ihr könnt das auch in Ruhe nachholen, aber wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich super gerne gleich live dabei sein. Wie gesagt, um 15 Uhr Draft der Liga 1 und um 19 Uhr gibt es das Ganze dann nochmal mit der Liga 2. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und würde mal sagen, bis gleich!